Hallo, für das, was Cannabis uns gibt und geben kann, ist es das Mindeste jedes Einzelnen, sich in seiner eigenen Sprache dafür einzusetzen, dass die Legalisierung endlich Realität werden kann. Darum kommt zur Hanfparade, 10. August 2013, 12 Uhr, Alexanderplatz, Berlin. Ich hoffe, bis bald und die weiteren darauffolgenden Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020